Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 21. Juni Die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit. 1. Korinther 13, Vers 6 Im Gegenteil, sie trauert darüber. Wir müssen das Wort Ungerechtigkeit hier sehr weit verstehen. Die lateinische Bibel übersetzt iniquitas Unebenheit oder Härte. Goethe hat in seinem Faust einen Bürger geschildert, der beim Osterspaziergang gemütlich sagt Nichts Besseres weiß ich mir am Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Ja, wie leicht wird die Ungerechtigkeit, Unebenheit und Härte der Welt zur prickelnden Sensation, wenn sie uns nicht selber betrifft. Und wenn sie uns nahe rückt, verschließen wir uns gern davor. Als 1945 all die schrecklichen Verbrechen an Juden und Gefangenen in den deutschen Konzentrationslagern der Welt bekannt wurden, entschuldigte sich mancher. Ich habe nichts davon gewusst. Kinder Gottes aber blutet das Herz über der Härte der Welt. Als der Sohn Gottes in die Welt kam, da jammerte ihn des Elends der gefallenen Menschheit. Es brach ihm am Kreuz das Herz darüber. Kinder Gottes, die dem Herrn Jesus angehören, sind, so sagt die Bibel, Glieder an seinem Leib. Darum kann es ja gar nicht anders sein, als dass sie mit Jesus mitleiden, an dem Jammern der Welt. Ich werde nie vergessen, wie meine alte blinde Großmutter erschüttert war, als uns Nachrichten von einer Hungersnot in China erreichten. Als wäre es ihre eigene Not, so brachte sie das ferne Elend vor Gott. Sind wir Glieder am Leib Jesu Christi, so tragen wir mit ihm die Last der Welt. Herr, gib mir ein barmherziges Herz. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich.